ok eigentlich bin ich jetzt schon schon quasi wieder voll fertig jedes mal wie ich das spiel gestartet habe war der font auf einmal unleserlich und diesmal war das auch so und diesmal hat er tp neu installieren wie davor jedes mal nicht funktioniert ich habe eine stunde lang alles möglich ausprobiert irgendwann habe ich es geschafft jetzt anderen font einzupacken schämme auch ohne umlaute aber immerhin leserlich endlich mal eine stunde in die kann sich das gar nichts funktioniert was man da hinpackt gesund gesund grundgütiger sehen sie was dort hinten für ein hessen steht wesen was für ein hesse steht ja 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 ist bekannt ach das ist aber unartig von ihnen herr leutnant nicht mich nicht gleich mich nicht gleich darauf hingewiesen zu haben als sie kürzlich schon ein anderes exemplar dieser art erspäht hat sie wissen doch wenn es um unbekannte vertreter der massianischen fauna geht bin ich unersättlich wusste gar nicht dass der professor ein freund der jagd ist halte das zwar für wenig schmerz geben sie dafür kann die bayerische besonderlichkeiten von sich ich will das wesen nicht verspeisen sondern studieren also sie haben kürzlich schon eines gesehen kürzlich ist gut diesen schneeaffen in den gängen unter burg frankenstein aber lieber freund sie müssen sich wahrscheinlich hatten diese wesen eine entfernte ähnlichkeit habe lange jährige jagderfahrung und erkenne die unterschiede einzelner die arten weist genau so einen schon gesehen zu haben auf der erde eigentümlich eigentümlich vielleicht ein fall von paralleler gestaltwerdung jetzt ist meine neugierst recht entfacht schleichen wir uns näher aber vorsichtig das ist ein jahr ich hole meine schürze zu ärgerlich ich fürchte gebäck wird dieses weh diese wesen beängstigend ich hätte ihn mir gerne näher angesehen aber eines steht fest sie müssen sich geirrt haben herr leutnant sie müssen weiß aber genau was ich gesehen habe die druckkammer eines schmelzstrahltreiblings offensichtlich nicht mehr in funktion wie mein mit maschinen dieser art ist es möglich enorme hitzestrahlen zu erzeugen auch wenn ich auf meiner expedition nicht alles über masianische technik lernen konnte ist mir doch so viel klar hier wurden große mengen eises geschmolzen und die kanäle eingeleitet dann sind die großen gräben trocken weil diese pilzigen geschöpfe die maschine beschädigt hat die maschine beschädigt hat da haben sie aber eine hübsche da haben sie eine hübsche theorie aufgestellt ursache wiederkommen alles enthalten hoch dank ist ja ich hatte schon immer das bestreben der wissenschaft behilflich leider ist sie total falsch erstens das gerät ist schon erkennbar länger nicht mehr in funktion selbst wenn er die noch etwas neugierig darauf haben sollte hatte das keinen weiteren effekt mehr zweitens zu einer kompletten schmelzmaschinerie gehört schon etwas mehr als dieses gerät hier fehlt es an umwandern das stützen die erzeugte hitze wird dadurch auf die eiswand geleitet wo war ich ja drittens die maskanäle sind ein viel zu komplexes system auf eine einzige wasserquelle angewiesen zu sein da alle kanäle trocken liegen scheint es etwas vorzulegen das über einen einfachen technischen defekt an einer einzigen stelle hinausgeht haben sie denn schon eine theoretische fester ich kann mir einfach nicht erklären dass eine zivilisation mit dem technischen vermögen mit dem technischen vermögen der masier einfach so ihre wasseradern verfallen lässt ich stehe vor einem rötzeln ja wenn da ein rötzeln steht ich schlitt fand es auch nicht fantastisch ich zoome vielleicht noch was neues aber erstmal bin ich voll zufrieden damit das überhaupt lederlich ist das wasser ist von lauter kälte in fallen erstaunt im fall kein wunder auf dem mars können die temperatur in den polgebieten rasch unter minus die 140 schneepunkte fallen ich weiß nicht ob es klar celsius kelvin sein soll was davon wieder sinn macht nun aus wirklich das ist kalt sie sollten sich lieber eine warme unterkunft suchen eine gute idee liebe stimme gehen wir ich frage mich wie ein großes haar aussieht ah wir haben es auf die andere seite geschafft eiserne stadt oha das klingt importat ich fühle mich fast als würde ich speichern wollen aber eigentlich bisher noch gar nichts hier steht etwas die mitte des terrieros ist beständig die anderen sind agil und wendig der blitz der kraft zur linken soll einer von der weinen versinken ich verstehe es nicht ganz oder sagen wir es überhaupt nicht für höchigkeit oder halt so du meine güte ist alles mit dem herr leutnant verspüre ein gewisses zucken du meine güte herr leutnant zucken die mitte des terrieros ist beständig die anderen sind agil und wendig aus der blitze kraft zur linken soll einer von dreien versinken die anderen sind agil und wendig der check ich nicht was gibt es jetzt noch zu tun pol gebiet weiß es ist da habe ich auch noch konnte ich mit dir kann ich mit dem was anfangen die zähne stadt die stadt wir sehen wir hier noch mal mit ihm oder ich beende das video erwarte rözelhaft äußerst rözel rözelhaft hier ist auch irgendein blitzdings was für den blitzdings was mag ich mag blitzdings den weg fremdlinge blablabla so au gestochen schon wieder was geht es denn kleidung näht sie wohl nicht ich weiß gar nicht was ich kann die nicht folgen fremdlinge stehe nicht ganz wofür in voll von nackten einschneideformen sein sie doch nicht immer so in das klei nackte blablabla das hat man doch alles schon springen wir übermissig was gefunden wo es weiter geht ah sie braucht sack und schnüre für ein dingens bleiben aber alles verrat alles verrat ist das in deiner heimat ach so es fehlt noch was da habe ich doch nichts ok ich glaube ich habe es gefunden hier ist man dass ich in diesem wieder klicken kann ähm moderne moderne kunst am bau wird ja immer schlimmer auf diesem planeten die arme scheinen wirklich zu sein na also alle wetter sie haben recht genötigst es ist in der rötze es ist in der rötze welchen am bewegen erwarte was stand da jetzt hier steht dann was die mitte des lios ist beständig die anderen sind allein und wendig ok das heißt ich soll den in der mitte lassen den oben und unten bewegen ok ähm und die auf der anderen seite der blitze kraft zur linken soll einer von drei versiegen also würde ich gleich einfach so einer von drei oder was die blitze kraft zu legen ach so einer von zwei versiegen ach so warte das heißt nee auf und drei versiegen ach so einer versiegen heiße hä okay jedoch das war allenfalls eine herausforderung für einen anfänger des abenteuerwesens hinein und größeres gewagt ich spürte wieder diese alte freude auch in den wies speichern sollen das metall zu bestehen genau wie die da hochtechnologie verabscheu ich hätte die mechanischen männer zu gerne und versehrt einer untersuchung unterzogen ich bin mir nicht sicher ich bin mir sicher wir werden noch ein spielzeug wie sie finden der professor meinten sie ach das wäre fein kolossal sehen sie nur was dafür kräfte bewegt werden kräfte lächerlich einfach lächerlich diese anzeigen können nicht stimmen eine solche energie menge was ich hier ja mit den künsten vorstellungen löcherlich einfach löcherlich ich muss die schrift hatte ich da nicht mal auch das dinge die sache mit den umlauten irgendwie beseitigt das problem mit den umlaufen seit hier löst sich eine temperatur löst lässt sich ein stühlen 0 50 100 ok warte ich sollte jetzt mal rausfinden was ich eigentlich machen soll diese merkwürdigen mitteilenden arm halten tür verschlossen mit muskelkraft ist hier nichts auszurechnen so aber ich habe kein hinweis was ich machen soll das letzte lüge löst schön was auch immer war das verhofften zähl er sagt in diesem sektor scheint der betrieb stillgelegt zu sein auch nicht dampfdruck kompressionskraft hitzevolumen hier wird purer fortschritt angezeigt komische lamp an der decke so dann können wir endlich den einmal hinnehmen sie hat es selbst auf einer wasser am welt wie dieser kann man auf kühlflüssigkeit nicht verzichten du nimmst ein wasser einmal so als links